Musik Nicht von ungefähr zählt das österreichische Münster zu den schönsten Städten in Deutschland. Herzstück der 300.000 Seelengemeinden ist der Prinzipalmarkt. Zu beiden Seiten der berühmten Vorzeigestraße reihen sich prächtige Häuser aus der Spätgottigen und Renaissance nebeneinander, bei denen kein Giebel dem anderen gleicht. Am Prinzipalmarkt befindet sich auch das Rathaus des Süßesischen Friedens, das in Teilen vor dem Jahre 1200 gebaut wurde. Begrenzt wird der Prinzipalmarkt an der Südseite durch den Stadthaussturm, an der Nordseite durch die Lambertikirche. Nur einen Steinhof entfernt ebt sich das prächtige Münsteraner Schloss. Dieses dient heute als Verwaltungssitz der Westfälischen Wilhelms-Universität mit ihren 49.000 Studierenden. Populärstes Naherholungsgebiet ist der Asien. An den Ufern des 40 Hektar großen Gewässers findet sich mit dem Malwetter Zoo ein weiterer Besuch am Magnet. Auf 300 Hektar haben hier 300 Tierarten mit zusammen mehr als 3000 Tieren eine Heimat gefunden. Mehr zu Münster unter www.mortiman-reisemagazin.de Super. Wenn es zu Münster blúaht, kommt dann vor dem Jahr nach vorne. Und es solltet sein, wenn es für dritte ist das ist. Am besten, bis zum nächsten Mal. Das heißt, wenn ich hier nicht geschrieben sollte. Es gibt keine Rettungsgeruch.